Glaube ist eine Sache, die, glaube ich, jeder Mensch intensiv in sich hat. Man muss jetzt nicht unbedingt an eine Religion oder irgendwas in der Richtung glauben, aber wir wissen ja alle nicht, wie das alles funktioniert. Deshalb ist das alles nur so, wir glauben, dass das so und so sein könnte und hoffen dann, dass es vielleicht stimmt. Aber im Endeffekt ist es egal, ob stimmt oder nicht, ob das funktioniert.